Herzlich willkommen auf unserem Messestand. Als Leiter für die Produktion oder Technikverantwortlicher kennen Sie wahrscheinlich das Problem, dass bei unerfahrenen Mitarbeitenden an den Maschinen die Produkte am Ende häufig so aussehen. Ungeplante Stillstände führen zu Effizienzverlusten, die bei erfahrenen Personen an der Maschine sehr selten vorkommen, bei unerfahrenen aber durchaus 20 bis 30 Prozent ausmalen können. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, gibt es offensichtlich ein Wissensmanagement-Problem. Und dafür haben wir die Lösung, denn unsere Software hilft auch unerfahrenen Maschinenbedienenden, sich häufiger selbst zu helfen. Unser System ist mit der Maschine über eine Datenstillstelle verbunden und erkennt Stillstände oder Störungen an der Maschine. Das Problem bei klassischen Wissensmanagement-Systemen ist aber, dass unerfahrene Bedienende gar nicht wissen, wonach sie überhaupt suchen wollen, wenn eine Störung auftritt. Bei unserem System wertet ein KI die Daten der Maschine aus und schlägt automatisch Wissenseinträge vor, die zur Situation passen. Unerfahrene Bedienende können sich die anschauen, in Form von Videos zusätzliche Informationen erhalten und am Ende, wenn die Maschine wieder funktioniert, den richtigen Eintrag bestätigen. So lernt unser System wie ein digitaler Kollege mit ihren Angestellten mit und sorgt dafür, dass der Effizienzunterschied zwischen ihren besten Leuten und dem Belegschaftsdurchschnitt, den Sie derzeit erleben, auf ungefähr die Hälfte reduziert wird. Dies kann bei großen Produktionslinien durchaus einen Unterschied von sechsstelligen Beträgen im Jahr ausmachen. Wenn Sie mehr zum Wissensmanagement erfahren wollen, dann kommen Sie gerne auf uns zu.